Nachhaltigkeit, dieses Versprechen heißt dann bei Schapatis, fängt natürlich dann bei Menschen an und ein bisschen Gehirnantwort hast du auch gegeben, muss ich sagen, mit dieser Baumwolle-Geschichte, das ist gut. Aber dieser tolle Artikel, den ich gelesen habe vor ein paar Tagen, hat von 25-jähriger Jubiläum geredet. Ja, also, ich glaube, du hast ja bisher vielleicht von 15 Jahren geredet, ja. Was ist mit den anderen zehn? Erzähl mal von diesen 25. Ja, Antonio, Gott, wenn man nicht redet, ist dann habe ich viel zu erzählen. Ich mache mal kurz. Alles im grünen Bereich hier. Also, ich möchte, Antonio, nur kurz. Das sollte ein Gespräch, kein Monolog, auch ein Dialog sein, oder wie ist das? Ist ein Dialog. Ist ein Dialog. Wunderbar. Ist ein Dialog, auf jeden Fall. Ich kann sagen, ausschneiden, sobald du irgendwas sagst, das ein bisschen kritisch ist oder zu politisch oder weiß ich nicht. Wenn du sagst, politisch, ich meine, warum darf das? Ich meine, gesellschaftskritisch oder was in der Welt angeht, auf das Controlling, wie die Welt aus dem Gefuge gerät, ob das umwelttechnisch, ob das die Kämpfe, die Menschen oder die Regierungen miteinander jetzt miteinander führen, die dazu folgen, dass wir bald Krisen wie 1979 oder 29 Weltwirtschaftskrise hätten. Wenn man darüber das mit dem Bereich Mode und Hintergrund, was man hat, verbindet, weil das bin ich eigentlich, bin ich quasi. Aber du meinst, wenn es politisch ist, würde man schneiden, dann würde ich es nicht sagen. Warum darf das nicht, sagen wir, sozialkritisch oder politisch sein? Also eigentlich, eigentlich kann es alles sein. Hallo, mein Name ist Ian Antonio Parisan und ich freue mich, dich zu einer weiteren Episode von Life is Feeling, Counting the Ways begrüßen zu dürfen. Heute machen wir es primär auf Deutsch und in der heutigen Episode 5 sprechen wir ein wenig mit Hamid von Chapati Berlin über folgendes. Welche Lebenserfahrungen und Einflüsse bilden die Grundlage für seine Geschäftsphilosophie? Wie er mit den Herausforderungen umgeht, die Grundsätze von Vielfalt, Inklusion und Nachhaltigkeit nachweislich zu integrieren? Seine persönliche Botschaft an alle, die kleine Schritte in Richtung eines nachhaltigeren Lebens machen wollen oder ähnlichen Berufungen wie er folgen wollen? Hello again, still Ian Antonio Parisan here, and I just wanted to prepare you a little bit for what you're about to experience. The dialogue that's in store for you today is with Hamid of Chapati Berlin, a store, a brand, a philosophy that spoke to me on many levels. Episode 5 is one of those of which I am most proud because it spans so many aspects that I can relate to very well. Directly after this interlude or introduction, you will hear another one spoken in my Jamaican dialect. That will happen here from time to time. If, however, the Jamaican swang is a little bit too much for you, do feel free to just hit that skip function in your podcast player about six or seven times to skip forward. So then, without further ado, on with the show. Yes, lovely people, I'm here with the Anasawi State, 27th of August, 2022. And this episode 5 of Life is Feeling is featuring Hamid from Chapati. And today we're going to be talking about many things. Now, in a episode 1, I'm going to talk about the Jamaican dialect. Now, this episode is in German, for the most part. We're about 1% English. But, I'll give you a little overview. In a Jamaican, so you have an idea of what the show is about. And who to tell. Maybe you fall in love with the German language and you, you know, decide that you want to learn German. Alright, now, in a the last episode, just a little bit of dovetail here. We talked to Lara. And me telling you, you know, Lara, wicked pony machine, you know. If you want to hear Lara sing and play, you know, you can always check out the show notes page at lifeisfilling.com. But, I know that we are talking about today. Today we are talking about a different person. And this man, Hamid, a man of many talents and many colors and many flavors and much charisma. He's also a man who is wicked pony machine, you know. But he's a different machine. This is, you could have called it a sewing machine because he's a man of fashion. And the man put together up a collar, you know, up a collar in a very elegant way. And them look good, the man. I have a story, you know, in a burly. I tell him, I'm going to the store and he's like, me just, me just, me just, me just say, boy, hey, I'm a car, my friend, you know. I'm a wait for my friend in the rain until my friend come and we're going to the store and spend about three hours. Three hours. I look panting and I test out and I try on and at the end of the day I meet a nice lady in the store, you know, lady. Just so helpful and nice. No pressure. Yeah. And the lady help me and thing. And it was such a nice experience. I have to tell you, you know, that's the reason. One of the reason why we're there today. Because that lady in the store was so nice. Right. So, I'm going to the store and I'm inspired by this man. And I notice, well, the thing with them affa is sustainable. All of the things look good. Right. Everything elegant, clean cut, nice. So, you know, a little bit, you know, slightly pimpish, slightly steam punkish. I like the steampunk looking kind of jacket. So, you want to hook me up with the boss. And she said, yeah, man, we can hook you up with the boss, man. And that's why we put the show together. Right. And I'm really happy. So, we'll finally, finally, finally get to do it. Und warum darf das nicht, sagen wir mal, sozialkritisch oder politisch sein? Also, eigentlich, eigentlich kann es alles sein. Ja, also mich, ich, ich möchte, dass es kritisch ist. So meine ich ja. Das möchte ich persönlich. Weil die Mensch bin ich. Also, ich bin kein Modemacher. Ich bin ein Migrant, der dadurch, dass die Kriege, die geführt werden, wegen Ressourcen, wegen Energien oder Sonstiges, bin ich wie viele andere aus dem Land getrieben, vertrieben. Und dann, ja, eine bleibige Suche, eine Energie, die waren hier und da gelandet. Und somit ist man automatisch das Leben geprägt vom politisches Denken, kritisches Denken. Weil man tagtäglich erlebt, wie Menschen vom Schlauchboot ihr Leben in die Hand nehmen. 90 Prozent bis zu tot, 10 Prozent, kommst du ans Ziel. Und wenn du vielleicht kurz vor Ziel bist, dann kommt irgendein Schiff und eine Garde und sagt, nein, die wollen wir nicht haben, die schieben, die kippen dich nochmal ins Wasser, so gesagt. Also, da kriege ich so Wutanfälle, so wie Menschen unterschiedlich behandelt werden, wie, weiß ich nicht, wie soll ich das sagen, wie ist das verschiedene Geschmack, verschiedene Wertung vom Blut. Die und die, die können schon Hunderte sterben, das juckt keinem, das kommt nicht mal in den Nachrichten. Dann sollte irgendjemand, ich sage, eine blonde, weiße oder eine europäische Hochding, sich irgendwie die Nase brechen oder was werden. Und fängt an zu weinen. Oder fängt an zu weinen. Und dann kommt das als Highlight der und den im Nachrichten und wird das zur Thematik, zum Politikum gemacht. Das ist also krass ausgedrückt, sehr überzeichnet. Das ist schon die Sache, was mich sehr, sehr nahe geht. Und so versuche ich auch in meiner Mode im Prinzip, das auch, mein Wut vielleicht anderes auszudrücken, indem ich die Handstrecke zur Versöhnung, indem ich sage, Farben und Musik dabei und so, das kann schon die Menschen viel, viel besser zueinander finden und nähen, dass eigentlich die Diversität und anderes sein, wenn die Deutschen irgendwann verstehen werden, der Mr. Bürgermeister Wovereit hat gesagt, Berlin ist arm und sexy und ich denke, Berlin kann reich und sexy sein. Wenn man es versteht oder so, dass man das andere Sein als Reichtum sieht, das andere Sein, so alles, weil die Menschen, so wie ich, die jetzt aus dem Land vertrieben werden, die haben quasi nichts zu verlieren. Die sind, ich sage, viele kluge Köpfe, die, wo die Deutschen zehnmal denken, Schritt ein, Schritt zwei, Schritt drei, Kalkulation, was machen wir, so eine wie ich, schmeißen wir ins Wasser und dann gucke ich mal, dass ich ans Ziel komme, also lernen bei Doing und Gibbhofer, eigentlich die ganze Wirtschaft von den ganzen Kitz-Ecken in Berlin, Oberst Friedrichshahn, Prenzlberg, Kreuzberg, Schöneberg, 80% sind die mit dem Hintergrund Migranten oder so, die das mal machen und Steuern geben und Leute anstellen. Und Steuern zahlen. Und Steuern zahlen und das ist auch, denke ich mal, Berlin, so denke ich mal eigentlich, Berlin kann wirklich auch, wenn man es noch besser macht, sehr nicht arm und sexy, kann reich und sexy werden, wenn man das zu schätzen weiß. Ja, deswegen sage ich, man kann es auch im Prinzip durch Farben und Formen auch die Menschen einander nahe bringen und eine Art Versöhnung, eine Art kulturelle Zusammenschweiße, wo man merkt, wir sind alle, wie sagt man, wir sind alle Engel mit einem Flügel, wenn wir uns umarmen können, wir fliegen. Und ich glaube, es ist am schönsten, wenn es dann Menschen gibt, die auch wissen, wie das Fliegen ist, wissen wie, ja. Also ich finde diese Diversität in Berlin absolut schön. Und da versuche ich das auch durch meine Mode und durch die Vielfalt und Farben voll zu Ausdruck bringen. Und ich hoffe, es gelingt mir zukünftig auch mal die Mode und sozialkritisch zu denken, zu äußern, das schon besser Verständliche, sag ich mal, rauszubringen. Weil immer, wenn man im Bereich Mode ist, sobald man was kritisch, sozialkritisch oder politisch-kritisch sagt, ist das fast wie ein Schicksal. Also mein Sohn, der hat studiert, der meinte, Papa, Mode geht so, man darf sich nicht unbedingt über Politik und das und das äußern, das ist nicht unbedingt gut. Aber ich denke, Gott, aber dann bin ich nicht der, der ich bin, weil... Was studiert dein Sohn? Er hat eigentlich, guck mal, die ganze Kunst gemalt. Das, was hier ist. Also er ist eine gnadenlose Kunst. Vom Kleinen an, Antonio, er war ohne Scheiß zwei Jahre alt. Ja, da saß er immer in einem Sandkasten draußen auf diesem Bagger. Ja. Diese richtige, so Metallbagger, die man so macht und sich geschaufelt. Er ist geliebt. Und dann kam er nach Hause irgendwann mal und hat was gemalt. Und meinte, Bagger, Bagger, Papa, Baba, Bagger. Baba, sagt er ihm zu Baba. Ja. Mama, Bagger. Und ich sehe und sage zu Susanne, der Mama, ey, er denkt, er hat Bagger gemalt. Habe ich nicht gesagt, das ist ja cool oder so schön. Aber hat man gar nicht daraus gesehen, dass er ein Bagger ist. Zufällig, nach dem Essen etc., der Zettel, der Block, der Zettel, der dreht sich auf andere Seite. Und plötzlich ist das verkehrt rum. Und sehen wir, der hat das Spiegel gemalt, der Bagger gemalt. Aber so wie ein Bagger. Wir haben das nur falsch gesehen. Das heißt, irgendwas muss es in dem Jungen stecken, dass er, ich sage in dem alten, Spiegelverkehr denkt mit zwei. Aber Hatte Bagger war so gleich da. Unglaublich. Und ein prachtvolles, schönes Ding. Also wir haben gesagt, wow, der weiß schon. Und seitdem haben wir ein bisschen nicht gefördert groß, aber der hat gemalt. Nach dem Abitur, Baba, was will ich studieren? Ich will Malerei studieren. Und ich als einer, der um die Wege gekommen ist und Überlebungsinstinkt hatte und immer diese Kritik nach dem Motto, brotlose Kunstlehr, Berlin etc. Das ist diese Klischeehafte. Dann habe ich gedacht, ey, Junius, was denkst du, wenn du irgendwann Diktatur der Kunstlehr werden willst und möchtest du eigentlich, weil der meinte, wo der ein bisschen Junge geworden ist, Baba, ich möchte Künstler werden, aber nicht nur Malen. Ich möchte einfach so eine Community haben, die Künstler führen, weil das finde ich zum Kotzen, dass die Künstler in Berlin so brotlos sind und so nicht sich äußern können. Ich will das Lernen zur Community schaffen, dass Kunst eine Wertung hat, eine höhere Stelle hat, wo man damit Geld blättern kann, dass die Künstler sich freuen, mitgeführt zu werden. Und dann habe ich gesagt, ey, Junius, was hältst du von der Idee? Studiere mal ein internationales Business, dass du weißt, wie Geld verdienen geht. Habe ich auch studiert, Herr Göns, in Frankfurt und in Berlin. In Berlin. Er ist nach Maastricht, gleich Englischstudium, Englischsprache. Ja, ich auch. Ziemlich schwere Brocken, weil Maastricht wollte immer sagen, ey, wir sind Harvard, bla, bla, je mehr Leute rausfliegen im ersten Semester, umso besser sind wir gerankt. So ein Gefühl hatte ich auch hier. Der hat gekotzt, der Arme. Im Dings ist hier, so oft hat er mir angerufen, geholt, Papa, alle Typen und alle, die hier sind, die sind die Kinder vom LG, welche Lobbyisten, die werden geschickt da, damit die dann, wie sagt man, später die Stelle vom Papa annehmen. Also sind, ich sage, für ein Berlines Kind, der anderes gewohnt ist, mehr Freiheit. Und dann war zu sehr getackte FDP-Politik, konservativ, liberal, kommende Studierende, alle fast mit dem Krawatte und Schnips zu Volldesung gekommen. Also der war voll alleine und hat gelitten. Dann hat er aber noch, dann war diese Remise, wo ich ihm gesagt hatte, Hey, Junis, weißt du was, wenn du das cool machst, kommst du hier und dann kannst du hier, ich mache dir so ein paar große Staffelei machen, mach mal zwei Wochen hier einfach nur malen, damit du zum Ausgleich kommst. Ja. Hat studiert und jetzt nach dem Studium ganz glücklich nach Berlin gekommen. Und ja, jetzt möchte ich auf jeden Fall irgendwann nochmal auch Malerei studieren, um seinen Traum zu verwendigen. Okay. Das finde ich, das finde ich auf jeden Fall gut. Also du hast ja auch irgendwas gesagt über Farben, die zusammenkommen. Ja. Und ich glaube, das ist ein guter Anfang, weil ich habe auch mit Tanz mal gearbeitet ganz viel. Mit was? Mit Tanz, Tanzfotografie. Ja. Tanzfotografie. Und die Tanz für mich hat einige Sachen dargestellt. Das war, wie wir, sag mal so, adaptieren müssen, je nach Situation ständig in Bewegung sein. Immer neu entdecken, immer neu positionieren und so weiter. Und das war eine Kunstform für mich, das, sag mal so, das Leben dargestellt hat. Also ich verstehe schon, wie Kunst andere Sachen kommunizieren kann, so ein bisschen. Es stellt andere Möglichkeiten dar oder es macht auch Kritik. Es spiegelt auch, wie es ist. Ob das gut ist oder schlecht, ja, dann können wir für uns selbst antworten. Aber es spiegelt oder es zeigt, was möglich ist. Und mit Farben ist es genau so, wenn ich das gucke, dann mein Kopf, Unbewusstsein, mein Gehirn, merke ich, ja, Diversity, Vielfalt kann schon zusammenkommen und dann ein ganz schönes Teppich irgendwie darstellen und auch ein ganz schönes Teppich sein. Nein. Und deswegen verstehe ich das. Ich verstehe das vollkommen, vollkommen. Und warum ich das auch mag, ich hatte auch Schwierigkeiten hier in Deutschland, ja, und so weiter. Ja, ich meine, teilweise sind diese Schwierigkeiten immer noch da, ja. Ich kämpfe noch so ein bisschen, aber ich rede nicht mehr so darüber. Aber auch diese Ismen und sowas, die da sind. Ich gehe nicht auf die Straße mit irgendeiner Fahne oder so. Ich lebe einfach eine Realität, die ich vor richtig halte. Wenn ich meine, dass wir so miteinander leben können, dann tue ich das einfach und nicht so viel darüber sprechen. Und genau das ist das, weil wenn man irgendwas Schönes, Buntes macht, du stellst die Farben zusammen, du musst ja nicht sagen, dass, ja, eigentlich, eigentlich Türkis und Grün und Türkis und Rot sogar können zusammenkommen. Ja, nicht lange darüber reden. Man tut es einfach und man sieht es und es funktioniert. Und das ist dann die Darstellung, Funktion von Kunst, das ich vollkommen verstehen kann, ja, ohne so viel zu reden. Aber, Hamid, es ist so schön, dass wir hier sind und ich wollte einfach mal mit einer Frage diese Podcast-Episode anfangen. Und wenn ich Podcasts mache, dann lade ich dann Gäste ein und so. Ich versuche mit Fragen, Fragen zu stellen, die nur mein Gast beantworten kann, ja. Und diese Fragen in dieser Situation, ich glaube, es kann nur mit deiner persönlichen Erfahrung sein. Es muss irgendwas von deinem, sag mal so, in Englisch sagen wir, your lived experience kommen. Und diese Frage ist, ich weiß, dass du bist nach Deutschland gekommen, aus der Iran, ja. Ich weiß, das war eine schwierige Zeit am Anfang. Ich weiß, dass da war ein Freund, heißt Reza zum Beispiel, der eine Mentorfigur war in deinem Leben. Absolut. Ein paar Sachen gezeigt, dich motiviert und auch in die richtige Richtung gelenkt hat. Genau. Wie war das eigentlich? Wie war das für dich, als du hier warst? Antonio. Reza, was du meinst, ist schon, war so ein Anstoß zum richtiges Leben, für mich mindestens, was mich sehr erfüllt hat. So nach dem Studium, wo ich wirklich nicht wusste, ich war so in einem Vakuum, einer Lehre, was will ich? Ich will nicht als Ingenieur irgendwo studieren, wo man mir sagt, was man darf, was man nicht darf, was man soll und irgendwelche Normen zieht. Und auch vielleicht als kleine Untertan, die ich gewohnt war, so hat man selbe Zuhauseprobleme oder Sonstiges. Auf die nächste, die gerade auch vielleicht anderes aussieht oder so auslässt. Das wollte ich vermeiden. Also die Sehnsucht war, meine eigenen Normen zu schaffen. Und da habe ich mir gedacht, wer schafft die Normen? Die sind jetzt mal nicht festgelegt, was sich gehört, was sich nicht gehört, was ist durch, was ist nicht durch. Also ich kann das. Und dadurch, dass ich, sage ich mal, dies auch Bereich Design nicht gelernt hatte, war für mich einfach so eine freie Welt, lernen per doing und aus dem Instinkt zu leben. Bin nach Berlin gekommen und dachte, wow, schon, ein Start nach meinem Geschmack so. Also es fing an genau, also wörtlich, wirklich so. Ich habe so im Nachhinein, wenn ich so reflektiere, ich war anscheinend, wenn ich es rückblicke, eine freiliebende Mensch, die, ich sage eine, mit dem Hippie Seele, der aber nie lange Haare oder sonst hatte. Nie wusste, wie, was, Hippie oder sonst, aber eigentlich Seele, dass ich so, dementsprechend hat mir alles sehr gekränkt, wenn man es eingeengt hatte. Wenn du im Bus sitzt, dass du weißt, musst du so sitzen, so sitzen. Wird jemand gleich Moral predigen, was man darf, was man nicht darf, was ist durch, was ist nicht durch, sehr übertrieben gesagt. Diese Moral predigen ständig. Dann sind bei mir wirklich automatisch Haare lang gewachsen. Automatisch? Automatisch, also ich habe sie nicht hinterlassen. Und schon, wenn man es so sagt, so, irgendwann waren die Haare lang. Ich habe, also ich habe einen Papagei, der mich, glaube ich, gefunden hat, oder ich den Papagei. Den habe ich auch Tutti genannt. Tutti ist in meiner Sprache Papagei, also es heißt Papagei. Du, meine Katze, meine Katze heißt Kitty. Genau, Tutti war so, ich habe meinen ersten Laden aufgemacht, ich sagte auch gleich, wo oder wie ich dazu kam. Und der Tutti war draußen auf meiner Schulter und der hat das gelernt gehabt, wie auch ein, hat so gepiffen, so geil. Und da haben die, ab und zu die Frauen sich umgedreht, die dachten, ich habe doch, ohne ich heißt, ich bin es nicht, der ist es. Ich musste fast einen mit einem Schmunzeln nachweisen, der war das. Und dann, Chapati ist geil, Chapati kaufen, etc. Und ich hatte damals noch, warum, weshalb, habe ich mir einen Krankenwagen gekauft. Ja. Diesen großen, die noch hinten so noch mit Sauerstoff und alles sind, voll bemalen lassen. Aha. Richtig bunt, es war so, als ob ich von einem Gefängnis ausgebrochen bin, plötzlich Freiheit, ich kann meine Haare wachsen lassen, ich kann hier alles nachholen, was ich schon jahrelang während meinem Studium, wegen meiner Asylbewerberzeit, etc., in dieser jahrelangen Zeit im Prinzip nicht erleben konnte, so einen Ausbruch. Und habe ich das exzessiv in gutem Sinne, sage ich so, ausgelebt, indem ich meinen Laden hatte, das Auto bemalen lassen hatte, weil ich kann es nicht malen, die zwei Türme, die da oben sind, nicht Türme, sondern zwei Blaulichte. Die habe ich jetzt mit so dieser Gipsbandage, orientalische Türme gemacht. Alles, was meine Seele und Orient, was ich vermisst hatte, diese Menschennähe, diese Relationship, diese Family-Nähe, alles, was es hier so, vielleicht diese kalte Begegnungen der Menschen war, habe ich alles so vermisst. Das habe ich versucht, alles nochmal diesen warmen Orient aufs Auto zu bringen, malen lassen und daraus große Minareten und Türme gemacht. Also ich war es in meinem Auto mit meinem Papagei, führte ich in die Stadt und da habe ich jetzt auf den Märkten, Karneval der Kulturen, etc., auch meinen ersten Laden aufgebaut. Das habe ich ja auch gelesen, diese Artikel. Also auch diese Artikel werde ich ja auch in die Podcast-Linken, Podcast-Notes kann man das auch gelesen, wenn man das will. Aber ich habe auf jeden Fall davon gelesen, die Karneval der Kultur ist ein Laden oder das war nicht so sein. Karneval der Kulturen war eigentlich danach der Anstoß dazu, dass ich Richtung Mode gegangen bin. Ich bin aber hingekommen, bin ich zu Karneval der Kulturen, Bund, Diversität, bis es nicht mehr geht, Bund, bis es nicht mehr geht und viele Leute, die auch in kleinen Ständen Klamottenfeld kaufen, etc. Und ich fand das so, wow, ist doch was Schönes. Und Stoffe, ich habe so, mein Großpapa hat jetzt damals, wo er mir Geschichte erzählt hatte, wo ich klein war, dass es dann im Seidenstraße mit Kamele, wie die Stoffe vom A zu B nach Russland oder sonst transportiert hatte, unter anderem. Also hat mich sehr und zwischendurch, die haben gerastet in Karawane und Tee getrunken. Und es hat mich sehr inspiriert. Und da habe ich gedacht, wow, Stoffe, Ornamente. Und da ich während des Studiums in großen Teppichladen mich finanziell gearbeitet hatte und verkauft hatte, also ich habe Leute auf dem Teppich fliegen lassen, etc. Und diese Pesli-Formen, alles was im Pesli-Teppich kommt, das hat mich sehr gedacht, wow, gerade Wege sind nichts, was vor mir ist. Ich brauche so richtige Ornamente, weil die Umwege vergrößern den Horizont, wenn man so sagt. Und so hat mich sehr inspiriert, so die Drucke mit Ornamenten, gerade Pesli. Gerade jetzt, schon nach 25 Jahren, ich werde mal bald 25, habe ich jetzt seit vor zwei Jahren nochmal ruckbesinnt und eine super coole Kollektion gemacht mit Pesli. Und das hat mich schon damals inspiriert. Karneval der Kultur, da komme ich zurück. War ich da ein paar Mal, war super schön. Jetzt habe ich gedacht, wow, das ist das, was mich so fasziniert. Weite Weg. Und dann von einem Reza, der mir gesagt hat, ey, du bist du nach Berlin und Weite Weg entdecken. Und dann habe ich noch ein Buch währenddessen gelesen vom Alchemist, also von Paolo Coelho. Mit Herzensdenken etc. Dieser Weg, wo der kleine Junge geht. Oh Gott, ey, vielleicht bin ich schon gerade jetzt mal in dem Film. Weil das habe ich genauso gefühlt, dass ich auch. Und dann habe ich mir an der Karawanenserei von meinem Großpapa erzählt, von einem Opa, der gesagt hat, während wir da angehalten haben. Boah, das kommt alles um mich. Als ob ich in einem Déjà-vu, in einem Dings bin. Ich habe gedacht, scheiß drauf, mache ich das? Ich mache was mit Stoffen, mit Klamatten. Aber jetzt muss ich irgendwas finden, wo ich eigentlich den Traum, was ich habe, wahrzumachen. Zufällig oder gewollt bin ich zu einer Messe gegangen. Das nannte sich Importmesse hier in Berlin. Jetzt ist Bazar. Bisschen offizieller jetzt dieses Mal. Genau. Und dann habe ich da einen guten Mensch kennengelernt, der junge Mann, der geguckt hatte, die Stelle von seinem Papa irgendwann zu übernehmen, noch eine gute Kunde. Der hat mich angehalten an einem Tisch. Wir hatten ein nettes Gespräch gehabt, haben wir uns voll verstanden. Ich habe die gute Energie bei ihm, vielleicht eher bei mir gemerkt. Ab nach Indien. Ich mache Klamatt. Und so habe ich meine erste Kollektion gemacht, ohne zu wissen, was, wo, ohne dass ich das gelernt hatte. Die krasse dabei war, erste Kollektion, kleine Laden im Erich-Weinheit-Straße mit meinem Papagei. Anekdote zum Papagei, wo ich vom Indien zurückgehe. Nach einem Monat war Papagei tot. Das hat mich so traurig gemacht. Oh, nein. Das ist die, die hat nicht ausgehalten, glaube ich, da hat man danach gemerkt oder so. Also auf jeden Fall dahingestellt, ich war in Indien, erste Kollektion gemacht, aber ich wusste nicht, wie die Passformen sind. SML, bevor es Produktion geht, April for the Feating. Ich bin zum Bazar gegangen, Paragansch, habe ich viele, aber ich habe eine kleine Frauen-Kollektion, Damen-Kollektion gemacht, viele Mädchen hinterher geguckt, am Po, sind die S, M oder L und ich glaube, manche haben gedacht, ist das per Wesen, was ist das, was ich denke, aber ich wusste, was ich will. Ich habe die Mädchen angesprochen, ich habe es geschafft, gegen Nachmittag ein Taxi zu haben, der für uns mit drei Mädchen zur Verfügung steht. Ich vorne, die drei hinten, Größe M und L waren die, S-Con, muss dieselbe gradieren oder so. Die habe ich zur Factory genommen, die haben für uns quasi alles, also mir vertraut, weil ich eigentlich echt war oder so, ich habe gemerkt, ich will nur die und wir haben Probe gemacht, S, M, L haben wir Fitting gemacht, etc., alles Mögliche, ja, und dann danach, die habe ich jetzt ein paar Klamotten geguckt, waren froh, ein Taxi, die hat mir zum Bazar zurückgeholt und so fing das die Geschichte an, dann habe ich meine erste Kollektion gemacht. Alles so rein zufällig irgendwie und du hast einfach dein Gefühl gefolgt und so weiter. Ich bin mit meinem Instinkt und Gefühlen nachgegangen und das war wirklich auch ein Lernen per Doing, so machen, umgefallen und dann schnell aber nächster Schritt und nächster Schritt, um zu sehen, dass man dann durch Fehlen lernt, ans Ziel kommt und so war ich dann nach kurzem, ja, konnte ich im Design, halt mein eigenes Design, seitdem mache ich auch selbe und verwalte ich und mache ich das, habe ich das gerne. Now, as me said, this man full of words, you know, full of charisma and one of the things I said is that we are all angels but we are angels with one wing and if we learn to embrace each other, we can fly and have the same kind of mentality govern the way how the man do in fashion, the same way the color them come together, them represent, yeah, them represent, them depict how different culture, different people, different language, different world view and all them things that can come together in an elegant, beautiful, functional, fashionable way, right? So when me go into the story and it's not just pretty clothes and pretty dress and pretty jacket, it's a depiction of how the world can be and that is how the man also see fashion. So the fashion where you see somebody wear from his store, from Chapati, that it name, is a reflection of their inner values, right? It's not just pretty, pretty. When him says sustainability, you see a nice lady in a nice dress, you know, say, boy, it's a statement, a statement of what she value, what she decide to spend her money on and what she decide to support. Another funny thing with that is the man said, boy, one time him did have a parrot, the parrot, the parrot named Tooty and Tooty is the way they call parrot in a film country. And the same time he said to himself, look here now, I have a cat, you know, and what we call cat in our country is either Kitty or Puss and my, my cat also called Kitty, Kitty Puss to be exact, yeah? And Kitty Puss is probably my biggest fan, but who knows, you know, maybe people learn to like the show. So, data the Jamaican introduction, I hope you understand some of it. I apologize to some of you who might be expecting English, but me said from beginning, boy, this show is a multilingual experience. So, data it, hopefully you get something from the German. It's really a show for multilingual people. Who knows, you know, maybe you fall in love with the German language and you want to learn it, as me say. And I really hope you enjoy the show. Thanks again to Ahmed. Thanks again to my little friend, you know, I'm not sure if I'm allowed to say her name. And thanks also to the lovely lady in the store who helped me with the shopping experience and also led to this great inspiration and this great outcome, which is this episode five. So, without further ado, a kitty that I get in the background, you know. Kitty, where you want. Anyway, without further ado, on with the show. Yes, of course, of course, learning by doing. Also, die Frage war, wie es war für dich und warum? Warum habe ich diese Frage gestellt? Weil, also, ich bin nach Deutschland gekommen und das sage ich ja immer, weil in Jamaika, ich komme aus Jamaika, in Jamaika lernen wir, wir hören ganz viel von Deutschland und die ganze Welt. Also, Deutschland ist bekannt für Qualität und Zuverlässigkeit und Punktlichkeit und so. Natürlich, nach 20 Jahren weiß ich, dass nicht alles immer stimmt, aber trotzdem, Deutschland ist bekannt für eine gewisse Standardsetzung, sehr so qualitätmäßig und viele Leute wollen das auch. Ich wollte das auch. Ich wollte diese Arbeitsmoral und diese Qualitätsempfinden irgendwie in Deutschland per Osmosis mal lernen und deswegen bin ich ja auch hier gekommen. Das ist nicht nur deswegen natürlich, aber das war auch ein Grund dafür. Und warum ist der Zusage? Das ist ein bisschen Kontrast jetzt. Ich erkenne auch dieses Gefühl, sag ich, also nach dem Gefühl einfach mal machen. Ja, aus diesem Grund mache ich auch meine Fotografie und auch diese Podcasts. Hier ist es mehr so Kunst eigentlich. Aber Deutschland ist auch bekannt für gewisse, sag ich mal so, Standards. Standards, right? Und Standards sind manchmal, also wenn die ein bisschen zu fest sind, nach einer Weile, die lassen keine Innovation mehr zu. Ja, die sind so fest, so festgefahren, dass manchmal, da gibt es ja keinen Raum mehr, anders zu denken, out of the box zu denken. Und meine Frage ist, wie hast du das geschafft? Ja, weil du wohnst jetzt hier. Es gibt dieses Standard. Standard hat natürlich auch Zweck. Also ich meine, es hat ja schon was gebracht. Deswegen bin ich auch hier zum Beispiel. Also kann man ja schon sehen auf der Straße. Es hat schon was für die Gesellschaft gebracht und so weiter. Aber wie hast du das geschafft? Ja, dein Künstler sein, auch zusammen mit dieser, sag ich mal so, vielleicht ein bisschen traditioneller, konservativer Angehensweise zu bringen, dass irgendwas wie Schapatti wachsen könnte. Kann ich dir sagen. Also ich kann es genau, das glaube ich, gut beantworten, zu versuchen mindestens. Es ist so, Antonia. Also ich habe vom Anfang an, ich habe mein Land geliebt. Ich bin aus politischen Gründen flüchten müssen, über die Berge, sechs Monate, alles Mögliche oder so. War so eine große Tragödie für mich. Meine Family, vor allem, ich war sehr, sehr verbunden, sehr so ein Mama-Kind, die zu verlassen zu müssen. Aber wo ich dann, durch die Umwege, dann hier, durch das, sag ich mal, eisernen Tor vom DDR reingeschoben zu BDR bin und lange Geschichte. Eins habe ich während dieser sechs Monate, wo ich in den Bergen war, in der Türkei war, in der Jugoslawien im Gefängnis war, alles Mögliche, diese Blablabla, gelernt. Das kann mich nur stark machen, wenn ich nicht irgendwie gewisse Stolz habe, Zugehörigkeitsstolz. Ich bin eine Iraner, dann gehöre ich zu dem und dem. Ich bin eine Deutsche, das und das. Ich habe so richtig das geatmet und so gefühlt, ich bin frei. Deswegen auch danach diesen freiliebenden Hippie, die Suche nach frei, alles Mögliche. Weil ich war frei, ohne irgendwelche Fesseln sonst. Und mein Motto war, zum Beispiel, das, was ich habe, bei uns, ist auf jeden Fall eine, die religiöse Menschen benutzt. Für mich, ich bin Atheist bis zum tiefen Kern, wenn man so sagt. Ich bin eher so Agnostik. Ja, ich weiß nicht. Ich überzeichne. Sag mal, wenn ich religiös sein sollte, irgendwann würde ich Buddhist werden, weil das ist für mich eine Philosophie zwischen den Menschen. Ja. So, sage ich mal. Und Atheist ist sehr weit gegriffen. Aber auf jeden Fall, genau wie du sagst, ich weiß nicht, aber Saratochten bei uns oder Buddhismus ist es irgendwas, Philosophie zwischen Menschen und nicht irgendwelche Status. Was ich sagen wollte, habe ich, seit eh und je, liebe ich das. Aber ich benutze das, um einfach meditativ relaxen. Und nehme ich das gar nicht, was die Menschen sagen, deswegen bist du religiös und interessiert mich überhaupt nicht, was die Menschen über mich sagen. Das hat so vom Anfang an mich sehr geprägt, befreit sein, was die Menschen denken und sagen und durch wie ich mich anziehe, wie ich gehe, wie ich mache, lange Haare oder Papagei oder mit dem in der Hand oder so, hat mich null interessiert. Mich hat nur das interessiert, wow, ich habe in dem Sinne keine große Zugehörigkeit, mich kann nur stark machen, wenn ich in Italien bin, da war ich und dann merke ich, wie cool ist das, wow. Die und die Verhaltensweise, die und die Umgang der Menschen passt perfekt, das ist genau das, was mir entspricht, das will ich. So wie ein Modul habe ich das fast übernommen, kopiert, in mir rein. Versuche meine Werte, die ich bei iranisch-persischer Tradition, die schön sind, Menschen, Familie, das nicht zu verlieren, aber viele andere Sachen in Frage zu stellen, freien Raum zu lassen. Und bei Deutschland, alle diese Werte, was du sagst, ehrlich sein, pünktlich sein, das, was du sagst, du meinst auch, Standards machen, die habe ich versucht, so weit es geht, auch anzueignen. Das, was ich nicht wollte, was ich gedacht habe, das ist mir so deutsch, das will ich, das ist mir so robotemäßig, so das, was die Deutschen sich auch danach sehnen, diese Fesseln, diese Entfesseln und auch befreit zu sein, wie ich oder wie du oder wie viele, aber die können nicht, weil die so erwachsen. Und ich habe gedacht, ich bin aber frei, ich kann mir die Guten vom Deutschen nehmen, die Guten von meiner Kultur lassen, die vom Italiener, das nehmen und danach mir einfach einen guten Cocktail machen, eine Mutant, den Wunsch, eine Mutant zu werden, der überall zurechtkommt. Verstehe. Und das habe ich so wirklich ausgelebt, versucht, meine Kittis, meine Kinder beizubringen und so habe ich viele gute Sachen auch vom Deutschen übernommen, aber da ich hier lebe, habe ich alles so kritisch gesehen. Ja, aber wo ist man frei in der Welt, wo hat man nicht diese Vorbehalte, wie man sein, wie man nicht sein soll. Und Berlin ist die einzige Ecke, was mich so therapiert hat und schön zu dem gebracht hat, wo ich es gewünscht hatte, mindestens meine Ecken, wo ich dann da drin bin. Verstehe. So zu dem Thema, ja. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, das heißt, du tanzt ja auch mit diesen verschiedenen Rollen, die du, sag mal so, leben dürften. Ja, du hast von Jugoslawien gesagt, von Italien, von Iran natürlich, da alle diese Gesellschaften haben auch gute Werte und du hast dann dieses Ausgleich zwischen Künstler sein und in dieser Standards- und Optimierungsgeprägten Welt, in der wir jetzt wohnen oder leben, und du hast dann mit diesen Rollen getanzt und so hast du das überlebt. Angepasst, je nach Situation. Habe ich das richtig verstanden? Also, nie angepasst. Nie. Es war so für mich, ich war so eine stolze Junge. Also, wenn man mich so anpassen, war so für mich einfach eine No-Go. Ich habe so, ich sage mal, da ich so mich freigefühlt hatte, habe ich die kulturellen Werte, die bei Deutschen gut geprägt wurden. Und ich fand das, wow, ist cool, ist gut. Das kann ich mir aneignen. Wie gesagt, ehrlich sein, das sein, korrekt sein und das, was du sagst, so meinst du. Und auch diesen Arbeitsmoral und viele andere Sachen. Habe ich das mit übernommen bei dir. Aber Anpassung war für mich immer fast so ein Negativ. Dagegen habe ich mich immer gewehrt. Das ist sehr interessant, weil gerade gestern habe ich mit deiner Frau gesprochen. Und ja, wie du weißt, ich arbeite jetzt in so einer Integrations-Bildungseinrichtung hier in Berlin. Ich würde nicht sagen genau, welcher das ist, weil ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Aber es gibt immer diese Schritte. Es gibt Integration, es gibt Assimilation und so weiter. Und ich frage mich manchmal, inwiefern sind einige von denen richtig möglich. Ja, weil wir bleiben, ich bleibe zum Beispiel immer Jamaikaner. Aber klar, es gibt Vorteile von dieser Gesellschaft. Ich finde die gut und ich versuche, die auch zu nehmen. Ja, so, wenn ich das jetzt für dich verstanden habe. Nicht anpassen, aber wenn du irgendwas Gutes gefunden hast, du nimmst nicht alles auf. Nimm nur was Gutes. Nur Gepicks. Ja. Das, was ich gedacht habe, genau diese Rosine passt, um einfach zu diesem sogenannten Mutant zu werden, zu wollen. Ich verstehe, ich verstehe. Um einfach mal keine Dogmas zu haben. Das darf man, das darf man nicht. Meine guten Werte, die ich hatte, habe ich gedacht, das behalte ich. Den Rest habe ich mal abgestoßen. Abgestoßen sogar. Ja, habe ich gedacht, ja. Und wenn ich dann irgendwo bin, also manche Leute, die haben den Umgang mit mir vielleicht schwierig, sage ich mal, weil die können nicht einordnen. Eine Mischung von dem Ganzen. Wo ich in Indien war, habe ich die Spirituelle geliebt und gelernt, die mich erdet. Das kenne ich. Das kenne ich. Und so, was mich gesamt stark macht. Und so, sage ich, komme ich überall auch klar, solange ich aufs Pferd sitze. Das kenne ich, ja, weil ich habe auch so eine gewisse Diversity oder eine gewisse Vielfalt in den Sachen, die ich gemacht habe. Und die Leute gucken und die sagen, okay, du hast so viele Sachen gemacht, das heißt, du weißt nicht, was du sein willst. Ja, so sehen die das. Oder die sagen, die können nicht, die können nicht genau sagen, was ich bin und was ich will. Ja, und das, ich sehe das als ein Vorteil, nicht ein Nachteil. Ja, und es gibt Leute, die das positiv sehen können und andere, die das einfach nicht positiv sehen können. Und das ist schade, aber ich kenne das. Aber die Frage war, warum ich das frage, also wie es so war und so weiter, ich kenne schon viele Leute jetzt. Ich habe zum Beispiel in meinen Gruppen, habe ich vielleicht vier Mohammeds, ja, aus verschiedenen Ländern, wie also Syrien, Afghanistan, aus Libyen, aus, sag mal so, Puerto Rico zum Beispiel. Oder aus Brasilien, alle diese Leute, die versuchen, hier zu kommen, die versuchen, teilzunehmen. Ich habe nicht so ein Gefühl, dass sie sich selbst irgendwie verstummeln will oder Teile von sich selbst irgendwie abzukeppen. Die wollen das nicht machen, aber die wollen auch zeigen, die haben dieses Hunger, zu zeigen, dass sie auch irgendwas drauf haben. Und deswegen war ich auch zweifach motiviert, hierher zu kommen, weil ich bin der Meinung, dass du ein richtig gutes Beispiel bist für diese Leute. Und deswegen würde ich auch fragen, jetzt gerade, jetzt, was würdest du, ein Mensch, vielleicht auch aus Syrien, ja, vielleicht auch aus Russland, aus Ukraine oder so, die nach Deutschland gekommen sind. Und die sind eigentlich ein bisschen anders, aber die versuchen, die versuchen auch, sich zu entfalten, aber die versuchen auch, sich zu integrieren, was zu lernen, zu zeigen, dass sie auch irgendwas zu bieten haben und auch was Positives. Aber die sind unsicher, die sprechen die Sprache nicht, ja, die fühlen sich manchmal wertlos, ja. Ja, wie, was würdest du der Mohammed oder der Ali sagen, auf diese Stelle, ja, was sollen die machen, sollen die depressiv werden, sollen die aufhören zu reden, sollen die aufhören mit deren eigenen Sprache, sollen die nicht in Verbindung bleiben mit anderen Leuten aus deren Land, ja, wie wichtig ist die Sprache zum Beispiel? Ich denke, also bin ich überzeugt, ich würde es so machen, dass man sich vom Basis nicht trennt, Family etc., was man braucht für Gefühle, aber trotzdem in gewissem Sinne sich abnabelt, weil man weiß, ich bin hier, ich muss einen realistischen Plan haben, ich muss noch eine Strategie entwickeln. Und selbst wissen, dass jeder, jeder hat ein Talent. Ich habe ganz was anderes studiert, irgendwann habe ich das gemerkt, dass Reza sagt, wir gehen nach Berlin, komme ich hier, merke ich Stoffe und dann merke ich, wow, das ist das, was ich liebe, was ich mache, das ist schon mein Leben. Das ist schon, auf diese Entdeckungsreise zu gehen und dass man selbst, und dazu braucht man Werkzeuge, wie gesagt, Plan. Plan A ist, die Sprache hat man zu lernen. Ganz genau, die Sprache, genau. Ich hatte auch Probleme mit der Sprache. Und die Themen ist schon, das muss man einfach sagen, was ist die Basis, was sind die Standards, Sprache hat man zu lernen. Ob man viel glotzt, dass man jetzt dadurch, dass man viel hört, viel versucht zu lesen, viel versucht auch mit Deutschen, die man mag oder auch nicht mag, in Kontakt zu kommen, in Gesellschaft zu kommen, also sprechen. Menschen, in Kontakt zu kommen, findet gerade in Berlin, man findet Freunde, versuchen auch absolut, wenn man gerade Englisch kann, ist schwierig, weil dann bist du mit Englisch, kommst du überall zurecht, dann einfach einen Kodex haben, ich werde und will. So doof sich anhören, so stolperig am Anfang ist, nur Deutsch reden, Deutsch verstehen und der Knoten löst sich nach Monaten, dann kommen, also die Sprache ist die Basis, ohne dem ist man verstübelt, da kann man gar nicht weitergehen. Und danach einfach bekommt man selbst, Selbstvertrauen, ich kann das, ich habe sowas. Ich habe mir meine Kinder gesagt, sage ich immer noch und sage Papa, immer noch, alles was du kannst, alles was du willst, kannst du auch erreichen. Es ist nur deine Wille, was es ist, was hier ist, auch über die Berge, sieben Berge, sieben Höllen und das und das zu gehen, das kann man, wenn man es will, kann man, also die Sprache ist die Basis. Und dann die nächste Sache wäre, einen Plan zu haben und bei sich selber entdecken, was will ich in meinem Leben oder wo ist das. Versuchen, wie gesagt, wirklich fast auf manche Tests zu gehen, sehen, wo ist mein Talent. Bin ich einer, der eher handwerklich begabt ist, bin ich eher, der mehr fachmännisch digital etc. oder bin ich Künstler, versuchen die Stärke bei sich zu sehen und da, weil alles was man macht, was man gerne tut, was man ohne Geld zu verdienen auch machen wird oder so. Das ist das, das Geld, der trennt einem quasi, wenn man sagt, hinterher, weil du machst dann mit Leidenschaft, du bist authentisch. Du machst für dich, du machst für deine eigene Seele. Und ich glaube, das ist schon die Sprache, wo bin ich stark, was ist mein Talent und dann daran glauben, wirklich glauben, Ausdauer haben, das nachzugehen. Und irgendwann ist man schon ein Mutant, wo man sagt, jetzt stehe ich, funktioniere ich und automatisch, je mehr du machen kannst, je mehr du das, was du machst, auch Selbstbestätigung bekommst, diese Ping-Pong, bekommst du mehr Selbstvertrauen und mehr Selbstverwirklichung. Also das ist schon das, was ich jedem, also meine Kinder bringe ich sowas bei und jedem, der diesen Weg hat, ob Syrien oder sonst wo, das ist der Schlüssel. Dankeschön, Dankeschön. You know, ich habe dich gefragt, ich habe gesagt, Mohammed, Ali, Ahmad, denke ich, habe ich auch gesagt, aber es gibt ja auch zum Beispiel die Amina, ja, und es gibt auch die Zahra zum Beispiel, ne, und auch die Frauen. Würdest du genau das Gleiche sagen für die Frauen, erst mal mit Sprache, wenn ich das richtig verstanden habe, erst mal zu denken, also einen Plan zu haben, was kann ich gut machen, bin ich technikbegabt oder mit anderen Sachen, ist das die gleiche Ratschläge, die du auch den Frauen geben würdest? Also ich würde sagen, die Frauen sollen mit sich in Reine sein und denken, wenn ich auch noch Heranwachsende bin, also revoltieren gegen das Verständnis von dem alten, verkocksten Werte, vom Eltern. Die Eltern lieben einen, nicht das Gefühl haben, wenn ich das und das mache, werde ich abgestoßen, nicht geliebt, etc. Dann, wenn du danach nicht geliebt wirst und abgestoßen wirst, dann ist bei deinen Eltern was falsch. Deinen eigenen Weg zu gehen, sich befreien, wenn man selber merkt vor dem Spiegel, das, wo ich mich hier verhülle, mache ich, weil ich überzeugt bin, sollte man das mal machen. Jede seins. Aber macht man das wegen psychischer Zwang vom Eltern oder weil man so gewachsen ist und man das nicht hinterfragt hat und sagt man, und ich denke, wäre ich Frau, das wären für mich persönlich wie unsichtbare Ketten, die mich von meinem Entfalten festhalten. Die würde ich sprengen, die würde ich, ich würde einmal nackt in die Straße tanzen gehen oder so, um einfach, übertrieben einfach so sinnlich gesagt, um einfach mich von den Sachen, diese Ketten, die man mich angelegt hat, befreien. Und ich glaube, dann fängt an, genau wo die Frau anfängt, eigene Talente kennenzulernen, sich zu wehren, ihre eigenen Werte zu verstehen und auch ihren eigenen Weg zu gehen. Fühlt man, so bin ich das, weil ich so das liebe und mache, also das analysieren, hinterfragen, Fragestellungen, damit einfach sich konfrontieren. Und wenn man das nicht will, sollte man nie Angst haben, die Eltern, gerade die aus Syrien, die haben so große Bindungen zu Kindern, die wurden vielleicht erst dieser Streit Monate, Jahre lang, aber die Liebe bleibt, wie das ist, da kehrt man zu den Eltern zurück. Auch Gespräche mit Eltern suchen. Die Eltern, ich glaube, die verstehen es auch, dass es einfach, man auch die Sachen andere sehen kann. Ja, genau, das ist ein tiefere, also ich bin hier 19 Jahre und ich sehe meine Eltern nicht so oft. Ich telefoniere auch nicht oft genug, muss ich auch sagen. Und ja, das ist so ein tiefer Schmerz manchmal. Es ist so schmerzhaft. Absolut. Also, ich weiß nicht mehr, ob es noch weh tut. Weißt du, es ist so tief, dass du lässt es nicht zu. Ja, und was diese Bindung angeht, das kann ich auf jeden Fall verstehen. Heute werde ich auf jeden Fall da anrufen. Meine Schwester ist jetzt in Jamaika und das verstehe ich auf jeden Fall. Also, danke, danke dafür und ja, hoffentlich, also ich werde natürlich dann nicht genau sagen, ich habe einfach nur ein paar Namen gesagt, die ich kenne, aber danke. Es gibt natürlich dann Frauen, die stellen dann diese Fragen und ich sehe schon diese Sehnsucht auch in die Augen, ich sehe in die Augen, dass sie auch ein bisschen was Neues probieren können. Und die fühlen sich, als ob die Augen entfalten können und so weiter und so fort. Deswegen finde ich das sehr, sehr hilfreich. Dankeschön. Ich habe vor eine Weile, ja, Hamid, Nachhaltigkeit studiert. Ja. Und ich muss ja zugeben, ich muss ja zugeben, ich war mal in die Zossener Straße. Ich habe Nicole kennengelernt. Ich war da unterwegs mit einer schönen Freundin von mir. Ja, wir waren, wir sind sehr gut befreundet. Ja, wir plaudern über, über Mode und sie ist ein bisschen jünger und es ist ein bisschen Spaß, so durch die Gegend, mit, mit, mit die, also gute Freundin von mir. Und ich glaube, wir haben, hatten damals eine besondere Ausstrahlung, dass Nicole das irgendwie gesehen hat, gespürt hat. Und das ist, das ist toll. Aber wir sind einfach befreundet und es ist eine schöne Sache. Und damals habe ich, ich habe hatte gesehen, ich habe auf die Flur gewartet, es hat geregnet, ich hatte keinen Platz, keinen Schutz da auf der Zossener Straße damals. Aber ich bin draußen gewartet auf meine Freundin und gesagt zu ihr, wir müssen auf jeden Fall in diesen Laden gehen, weil sie ist auch so ein bisschen so hippiemäßig. Und ja, dann sind wir reingegangen, dann Nicole hat uns entdeckt und dann hat sie gesagt, ich habe gesagt, oh, ich habe gefragt, was machst du denn so? Und ich habe gesagt, ja, ich bin eigentlich Trainer und Podcaster und Fotograf und so und ich finde das toll und dann die Nachhaltigkeit und es sieht auch gut aus und es scheint zu funktionieren und so weiter. Und dann hat sie auch vorgeschlagen, dass ich dich anrufe und so weiter und so fort. Und das war dann die Geschichte, es war voll toll. Also sie ist wirklich was da, weil sie hat irgendwas da gespürt und das war diese Resonanz ist eigentlich ein Grund, warum ich heute hier bin und wir machen auch was Großes. Und das kommt von, wenn sie das nicht gespürt hat, was immer das war zwischen, also ich und meine Freundin damals, Freundin von mir. Und nur aus, sie hat das gespürt und dann die Resonanz irgendwie so weitergeleitet. Deswegen sind wir heute hier und davor bin ich auch dankbar. Ich würde auch sagen, dass sie gut ist, aber Nachhaltigkeit. Wie ist das eigentlich? Also wenn man sagt, man kommt zu Chapati, man erwartet irgendwas. Natürlich, da erwartet man Mode, gewisse Mode, da erwartet man Stil natürlich, da erwartet man. Und Chapati mag ein paar Versprechungen auch, was Nachhaltigkeit betrifft. Es gibt so einen Begriff, Small Wins, also die kleinen Gewinne. Nicht die ganze Welt verändern auf einmal, aber in kleinen Schritten, so verschiedene Sachen. Was verspricht Chapati, was Nachhaltigkeit betrifft? Einmal ein Mitarbeiter hat gesagt, wir leben das aus, dass Nachhaltigkeit für uns Selbstverständlichkeit ist. Also hat mir fast, der kommt aus Marketing und hat mir so vor zwei Jahren gesagt, ey, Chapati-Kunden, die spüren das, dass das Nachhaltigkeit zur Selbstverständlichkeit bei Chapati gehört, weil wir das ausleben. Und meinte aber sehr kritisch, ich soll das mehr vermarkten, damit die Leute mehr wissen. Da habe ich gedacht, ja, schauen wir mal, wie wir das machen. Da habe ich so einen Rat genommen. Antonio, sag mal, dass man erstmal, dass man gespürt hat, dass du zum Guten gehörst, wenn man so sagt. Ich habe wirklich was gespürt. Das liegt da dran, ohne Esoterik, weil ich mag es, ich habe es immer gegen Esoterik ein bisschen gewährt, weil ich habe diesen Überlebungsinstinkt gehabt und diese eine Chance. Jetzt habe ich Chapati entdeckt, das ist meins. Chapati bedeutet Brotdesign. Ich weiß mal, Design machen, um eigenes Brot zu fälten, auf eigene Beine zu stehen, selbstständig. Und da habe ich gedacht, das will ich nie aus den Augen lassen. Und so, wenn man darauf zurückkommt, hat meine Mutter, meine Mama immerhin gesagt, was alles vom Herzen kommt, sitzt im Herzen. Das hat mich sehr fast so in meinem Charakter, in meiner Seele so geprägt. Und so alles, was gemacht wird, die Klamotten, die Kleidungsstücke, die Collection, was es ist, ist, wie man so bei Alchemist sagt, mit Herzensdenken zu lernen, es ist wörtlich so gewesen. Ich habe es nie, und das war so auch mein Weg, weil ich habe es nur so, so kenne ich das. So lebe ich das und so liebe ich das. Das ist so mein Lebensinhalt. Anderes kann ich nicht. Ich sage mit Kopf zu denken, trotzdem, dass ich Geschäftsführer und 45 Leute bin, kann ich noch mit Stolz sagen, dass ich selten mit Kopf so viel denken kann. Ich denke mit Herz. Funktioniert aber. Und so ist auch, entsteht die Kollektion, die Farben etc. So entsteht auch die Menschen, die zu Chapati kommen, die da auch ein Zuhause finden. Nicole, die genau das fühlt, die genau auch das Gespür hat, die genauso auch Gespür zu dem Kunden hat, zu dem, ich sage, Chapati People. Chapati People sind für mich die Menschen, was ich so immer versucht habe, sage ich so, mit den Formen und Farben Persönlichkeiten zu erschaffen, sage ich mal so grob gesagt, die durch, sage ich mal, Chapati Kleidung ihre innere Werte unterstreichen. Das heißt, die werden dann mit sich eins, mehr Confidence, mehr Selbstvertrauen. Und so ist alles zustande gekommen, dieser Zyklus, dass gute Menschen bei uns sind, gute Menschen bei uns einkaufen, dass Nachhaltigkeit zu einer Selbstverständlichkeit gehört. Aber davon muss man doch was tun. Und das Tun ist es einfach, muss man heutzutage mal wissen, man muss kein Nostradamus sein, um zu wissen, wenn man so weitermacht, ist die Welt schon, vielleicht nächste Generation, für unsere Kinder, wenn es so lange dauert, alles ist vorbei. Schon sieht man, wie krass alles, das ganze Wetter, Umwetter sich verändert. Sieht man jetzt schon, dass die Elbe, heute Morgen habe ich gehört, dass die Elbe in Deutschland so tief gesunken ist, dass ganze Firmen wie BASF etc., die ganze Exportstärke von Deutschland, kann der Bach runtergehen. Weil bald können keine Schiffe mehr fahren, weil es so tief ist, die kriegen keine Materialien etc. Also die brauchen Plan B. Plan B ist, die wollen Züge haben, Züge müssen aber jetzt kohlen, anstelle von dem Gas etc. Also es ist ein Teufelkreis. Wenn man was nicht tut und nicht Farbe bekennen, jede von sich selbe, dann ist es schon vorbei. Und dieses Farbebekennen zu dem, was man macht, eigene Haltung zu ändern, wie konsumiere ich, was konsumiere ich, wofür gebe ich Geld aus und auch, um einfach Farben der Welt, Farben der Natur zu erhalten, musst du im Prinzip Farbe bekennen zu dies selbst. Was bist du, was machst du, was willst du, was willst du nicht. Und ich denke nochmal mit Farben, wenn ich so ein Gründen darf, Vielfalt von Farben, Menschen wie ich, wie du, wie das, wenn da zusammenkommen und sagen, es ist nur eine Welt, es ist nur eine Erde und wir müssen einfach die Regierungen, die nur Lobbyismus treiben, nur einfach auf die Straße kommen und sagen und fühlen. Aber dafür muss man erstmal hier, dass jede für sich die Verantwortung übernimmt und sagt, was will ich konsumieren. Und da, diese Selbstverständlichkeit kam, sage ich mal, in 2007 war das, wo ich es ins Leben gerufen hatte, ich will KBA, also KBA-Baumwolle haben, das ist ein Fachbegriff, auf jeden Fall kontrollierte Biobaumwolle. Und wir waren die Ersten hier in Berlin, so eine Art, ich sage mir nachhinein, ein Pionier und habe ich gemacht und habe ich auch im Katalog so erklärt, wir subventionieren das und sind wir sicher, dass im Kapitalismus das geregelt wird und durch mehr Leute, die auch da das Gleiche machen, sich die Preise regulieren. Das heißt, die Preise, die ich angeboten hatte, damals für nachhaltige Mode, also für die Biobaumwolle, waren genau wie konventionelle. Damit die Leute keine Angst haben, wow, das Biobaumwolle will ich nicht kaufen. Die haben gekauft und man sagt mal, Marge war natürlich viel, viel weniger, weil höherer Einkauf war. Mit der Hoffnung, viele andere Gleichgesinnte machen das und dann irgendwann Konkurrenz belebt das Geschäft und dann wird es genauso in Indien, im Kerala mehr Biobaumwolle gebaut. Da hat es genauso geworden. Und Berlin ist auch Pionier der nachhaltigen Mode. Danach kam es innerhalb Deutschlands, innerhalb Europa. Und inzwischen merke ich, dass auch in den USA langsam schon ankommt, dass man bewusste und nachhaltige Leben möchte, um einfach für sich, für ihre Kinder, für Zukunft Verantwortung zu benehmen. Und ich komme zu diesen Versprechen wieder. Aber ich wollte einfach mal eine Pause machen, weil ich stimme überein natürlich. Also erstmal, ich mag, wie du Farbe benutzt. Ja, als Metaphor. Das war sehr schön. Ja, wir müssen andere Farben erkennen. Das heißt, ganz viele verschiedene Sachen, verschiedene Lebensweise, verschiedene Kulturen auch. Zusammen leben können und auf dieser Welt. Weil viele haben vergessen, dass Nachhaltigkeit eigentlich ist was Ökologisches. Es hat nicht nur mit Öl und Cola und sowas zu tun und großen Firmen. Das ist nicht eigentlich die Sprache. Es ist eigentlich irgendwas mit Pflanzen und Tieren auf der Erde und wie wir alle auch zusammen miteinander leben. Ja, leben, überleben und überleben lassen. Nachhaltigkeit hat auch mit Umgang mit Menschen zu tun. Was ich da gespürt habe bei Schapati, da fängt es an, diese Anerkennung. Ich wertschätze, was du jetzt als potenzieller Kunde hier im Raum bringst. Ich sehe dich als Mensch, nicht nur als irgendeine Statistik, der durch meine Tür jetzt kommt und sollte eigentlich in der Regel nicht mehr als zehn Sekunden mit mir reden und ganz schnell kaufen und schnell raus. Ja, nicht einfach so, weißt du, das habe ich gespürt erstmal. Und so fängt es an. Ja, als zweites, auch dieser ökologische, ökologische, diesen Miteinander, ja, habe ich auch gesagt. Und das dritte, was wir konsumen. Nicht genug Leute, wir reden immer über Erdöl, ja, aber einer der größten Probleme ist eigentlich Konsum, ist Überkonsum. Ich glaube persönlich, es gibt genug in der Welt, aber es gibt verschiedene Regionen oder ein paar Regionen, die einfach zu viel fressen. Ja, so ist das. Die fressen einfach zu viel. Oder so viel rausschmeißen, die nicht fressen. Oder zu viel, also wenn ich sage, fressen, das ist schon ein bisschen grob gesagt, aber auch rausschmeißen, rausschmeißen, fressen, konsumieren halt, ne? Ja, es gibt genug in dieser Welt, ja? Und also ich glaube auch nicht, dass es die Überbevölkerung, ja gut, das könnte vielleicht ein Problem sein, aber das größte Problem ist dann Überkonsum. Ist es? Ja, das ist das Problem. Und diese drei Sachen wollte ich einfach mal erst mal bestätigen, bevor du weitergehst, ja, mit der Baumwolle Sache, weil die Baumwolle Sache ist was Sachliches, ne? Das kann man dann spezifisch sagen, weil ich habe es ja auch erkannt in Berlin, Bio-Sachen, die Preise von Bio-Ware. Ja. Ich war so überrascht. Ich habe geguckt, in Edeka, in Rive, ich habe gesagt, ey, sag mal, ist das dann Bio-Avocado billiger als die normale? Wie kann das denn sein? Es gibt in letzter Zeit auch viel Greenwashing, gibt es auch. Auch. Aber es ist inzwischen, hat sich wirklich, wie ich gesagt hatte, es wird viel gemacht im Hintergrund und dass es sich mal dann auch reguliert hat, die Preise. Darauf zurück, wo Nicole dich begegnet, ist, jede Mitarbeiterin, Mitarbeiterin bei uns, gibt es natürlich ein Gespräch. Und da gibt es immer, der Mensch steht in Fokus. Das ist das, wo eigentlich jeder verinnerlichen soll. Der, der reinkommt, ist keine Kunde, das ist ein Mensch. Der Mensch sollte mit glücklichem Gefühl den Laden verlassen. Auch ohne Klamotten, ohne nichts zu kaufen, ohne Ware, informativ, nicht aufdringlich, sich willkommen heißen, nie fragen, ob man helfen kann oder was man will, die Leute ankommen lassen. Man sollte dieses geborgenes, schönes Gefühl im Laden oder in diesem Gespräch mit Menschen spüren, es geht um den Mensch. Und wenn du einen Mensch glücklich verabschiedest, das mit guten Glücksgefühlen geht, aber einfach eine coole, modische Ware hast, die auch dann zertifiziert und alles perfekt stimmt, alles transparent ist, bis es nicht mehr geht, ist bei uns, wird sehr groß geschrieben. Dann braucht man sich keine Sorgen zu machen. Echte Mensch zu sein, kommt bei den echten Menschen an. Und ich glaube, dass es schon wird in diese zugellose Fortschritte, die technisch, immer diesen Gang zurückschalten, analoge, menschliche funktioniert, umso mehr, weil es sind Sehnsuchte, Menschen, weil alles sehr schnelllebig und sehr schnell geht. Und es ist das, wo wir echt selber ausleben, ich persönlich, Liebe, lebe es aus. Meine Mitarbeiter, die ausgesucht werden, sind genau so von dem Schlag und die Läden sind genau auch aus dem, also das ganze Interieur ist, aus dem Flomark oder sonst, wo man benutzte Sachen, wo die Menschenseele noch drin sind, also die Interieur, die, sagen wir, die Kleidestände, etc., Stühle, Sitzecken, Trese, etc., ist alles handgebaut. Also man merkt, diese menschliche im Laden und das ist gut so. Dieses Gefühl. Genau, das Gefühl, einfach mal angenommen zu werden, in Augen zu gucken. Man sagt, was sagt man so, die Augen sind die Kraft der Seele. Und das, glaube ich, ist das, was bei uns im Vordergrund steht. Und es funktioniert. Es sind viele gute Menschen, die jetzt es zu schätzen wissen und echte Chapati People werden und Sinn. So ist es. Welcome to Chapati People. Hey. I like that. I like that. I like that. Hamid, danke schön, dass du das erklärt hast. Dann diese, die Angehensweise, was man erwarten kann, was Nachhaltigkeit, diese Versprechen heißt dann bei Chapati. Es fängt natürlich dann bei Menschen an und ein bisschen, sag mal so, Gehirnantwort hast du auch gegeben, muss ich sagen. mit dieser Baumwolle-Geschichte. Das ist gut. Aber dieser tolle Artikel, den ich gelesen habe vor ein paar Tagen, hat von 25-jähriger Jubiläum geredet. Ja, also, ich glaube, du hast ja bisher vielleicht von 15 Jahren geredet. Was ist mit den anderen zehn? Erzähl mal von diesen 25. Ja, Antonio, Gott, wenn man nicht redet, dann habe ich viel zu erzählen. Ich mache mal kurz, also, Jubiläum. Ich bin schnell geflogen, weil ich immer das gemacht hatte, was mir Spaß macht. Während des Szenes habe ich auch eine coole Family, drei Kinder, also bin ich schon richtig, würde ich einfach sagen, glücklich und zufrieden, weil ich meine Family habe, die ich liebe, die mich lieben, die mir die Liebe geben und auch die Freiheit dem Chapati Berlin, weil Chapati Berlin, ohne Berlin wäre nicht Chapati. Also, ich bin so viel motzen über die und jene Sachen, aber man muss es sagen, also, ich bin Berlin sehr, sehr dankbar, hat mir die Freiheit gegeben, etwas Tolles zu geben und auch mein Leben. Also, ich habe irgendwo in einem Tagesspiegel einen Artikel, hat man mich gefragt, das war das Thema, aber Berlin hat mich therapiert, hat auch, hat mich geheilt, sorry. Berlin hat mich geheilt, das hat auch. Also, Berlin hat mich viel gegeben, unter anderem auch, dass ich mich da entfalten kann, was Cooles geben kann und das hat schon wie ein Pflug, diese 25 Jahre sind weg und ein Vierteljahrhundert werden wir jetzt alt und wir feiern uns ganz schön mit einer tolle, grandiösen Modeschau, die wir gerade inszenieren, Theater, Modeschau, Musik, 25 Jahre noch in der Form von Modeschau, was machen kann, ist alles noch am Machen, haufer coole Leute sitzen, die meine Wünsche versuchen, so eine Gestalt zu geben also wird was Schönes werden, haben wir coole Musik und dadurch, dass bei uns man nicht gelernt haben muss, Lagerist zu sein oder sonst was, sind Leute, auch die bei uns sind, einer ist so ein cooler Koch, der hat das gelernt, hat als Koch irgendwo in einem sonst sterne Hotel gearbeitet, der meinte, Hamid, ich mache was Gutes, Besonderes mit Geheimrezepten zum Essen, also gibt cooles Drink, schöne Musik, ein Bar, also so werden Berlin-Style die Nacht zu Tag machen und uns einfach als Chapati-Family feiern und die Chapati-People werden wir willkommen heißen und da werden auch viele mehr Chapati-People glaube ich auf dem Ganzen noch entstehen und dazu werden, die kriegen alle auch von mir was cooles, ein cooles Surprise kriegen die von mir, aus Material Holz, mehr sage ich nicht und ja, das wäre es, also spannend und gucke ich jetzt in den Kameran, jeder ist willkommen, also jeder, der Berlin liebt, jeder, die Freiheit liebt, jeder, die Mode und Farben liebt und die Community leben, aber trotzdem was darauf zu machen, die Nacht zu Tag machen, Menschen, die sich in die Augen gucken und sich gerne haben, die sind alle eingeladen, hiermit, so, fantastisch, fantastisch, ich freue mich auch, also darauf auf jeden Fall, auf jeden Fall, also Modeshow, oh my God, soll ich meine Kamera mitbringen oder wie, ja, ja, das kann ich nicht aushalten, das kann ich nicht aushalten, all right, well, you know, also, wir haben jetzt so viel über sehr sackliche Sachen gesprochen, Bildung, wir haben über Gesellschaft geredet, wir haben über Selbstverwirklichung, Selbstakzeptanz, wir haben über Erfahrung und so weiter ganz viele Sachen geredet und ich glaube, jetzt wird es aber Zeit, über Gefühle zu reden, weil Gefühle ist auch ein Teil von Nachhaltigkeit und dieses Erlebnis, die ich hatte in der Sossener Straße, da fängt es an, ja, und warum ich das frage, Life is Feeling, das ist ein Show, das ist meine zweite Show und auf diese Stelle wollte ich fragen, Life is Feeling, ich hatte so ein Gefühl, du hast ja von diesen zwei Modellen, die du in Indien erst mal engagiert hast, ja, nur von Gefühl, du hast gesagt, du hast gesagt, okay, ich will die und die und die Frau erst mal, ja, dass die Sachen für mich ausprobieren, nicht auf irgendwelche, weiß ich nicht, ich hatte so ein Gefühl, dass du einfach so random diese Person erst mal ausgesucht, absolut, genau, du hast deine Gefühle erst mal auch nach Indien gefolgt, so, so ein bisschen dein Herz, eigentlich nur, muss ich sagen, ja, deswegen sage ich, ich habe so gut keinen Verstand, also ich lebe aus meinen Gefühlen und aus Impulse, aber dadurch, dass ich jetzt mal, sage ich mal, so eine Art inzwischen Lebenskünstler bin, dass ich jetzt Überlebungs, versuche ich immer den Boden zur Realität nicht zu verlieren, trotzdem meine Gefühle und nachzugehen, natürlich dahinter steckt immer ein Plan, ja, du denkst mit Herz, hast du gesagt, so, da hast du das Wort gebraucht, ja, genau, und das ist die Sache, wenn ich sage, so life is feeling, es heißt natürlich, ich meine nicht nur so Emotionen von, also Liebe und Schmusi Musi und so, aber feeling ist auch ein Verb, feel heißt auch antasten, das heißt auch aktiv anfassen, ja, und deswegen jetzt in diese Richtung, die life is feeling, also, das war, was du gefolgt hast nach Indien, das war, was ich gespürt habe in Susana Straße und das habe ich auch gerade gespürt vor dem 25. Jubiläum und so weiter und ich habe auch von den Versprechen, was kann man mit Schapati versprechen, was Nachhaltigkeit betrifft, wenn jemand kommt mit Schapati, ja, aber dieses Lebensgefühl, diese Farben und sowas, wie würdest du das beschreiben oder was ist dann das ideale Gefühl, die du vermitteln möchtest mit deinem Werk? So, Antonio, ja, es ist so eine Art, wie gesagt, für mich sehr, so eine Art Herzensbluten, das, was ich gemacht habe, weil das hat mich, wie ich gesagt habe, Berlin hat mich gehalten, mich persönlich zu diesem Mensch gemacht, den ich bin, stehen, funktionieren und einfach diese Form, sage ich mal, meine Freiheit zu erkaufen durch das, was ich verkaufe und die Schapati mein eigenes Selbststellen, auf eigenen Beinen zu stehen, also diese Gefühle der Freiheit, diese Gefühle der Selbstverwirklichung, dieses Gefühle der Unabhängigkeit, dieses Gefühl, selbe Sachen zu experimentieren, mixen, die Farben mit dem, jetzt bist du mit dem PS, jetzt bin ich bei dem schönen neuen Stoffe, die trotzdem GOTS und Bio-Baumwolle sind, also die Krisen haben mich sehr stark gemacht, also Krisen waren für mich eine Challenge, das war auch, kannst du an der Schule sagen, so, dass man immer, also für mich war es immer so, sagen, andere wörtlich so, wenn mir Steine auf dem Weg liegen, ich versuche daraus was Schönes zu bauen, manche sagen, Kathedrale bauen, etc., und ich habe es immer so gesehen und die Krisen waren für mich in den letzten zwei Jahren, dass ich, jetzt muss ich da noch besser, sondern jetzt muss ich neue Stoffe, im Prinzip, innovativere Stoffe, die Bio-Baumwolle sind, aber sind wir gerade bei Digitaldruck, wo dann noch mehr Farben, mehr Shadow und Schatten drin ist, Hunderte, und das zu können, heute zu Tag, als Bio-Baumwolle, GOTS-konform, zertifiziert, überwacht vom Kontrollunion, dass es da durchgeht, dass es hundertprozentig, konform, konfirm ist damit, schwierig, sechs Monate habe ich daran gearbeitet, viele Labor hin und da, wir haben jetzt Digitaldruck, tausend Prozent, Bio-Baumwolle zertifiziert, etc., und da bin ich stolz, das hat mich, und das Gefühl nochmal, Neues zu präsentieren, Neues zu geben, und zu merken, dass es ankommt, plötzlich machst du Menschen glücklich damit, die das kaufen, ihr Geld lassen, und hörst, ey, heute ist jemand mit Trolli gekommen, von dem und dem, hat gerade viel Geld gelegt und ganze Trolli voll gekauft, weil die nur einmal in sechs Monaten, jetzt hat er das nächste Mal, seine Familie mitgebracht, haben die mit Koffer eingekauft, mir geht es in dem Thema, überhaupt geht es nicht ums Geld, das Geld ist für mich, der Key zu Freiheit, um dann noch, mich wohlzufühlen, um Freiheit zu haben, mehr zu experimentieren, aber das zu wissen, dass das Gespür bei den Menschen angekommen ist, das macht mich stolz, macht mich glücklich, Das ist schon das, wo, wie gesagt, den Chabati People richtig so voll trifft, und jetzt bin ich auch gerade dabei, habe ich von meinen Angestellten, die mir gesagt haben, dass es Selbstverständlichkeit bei Chabati nachhaltig zu sein, nachhaltig zu leben, nachhaltig zu geben, muss man es mehr promoten, und ich dachte, ja, jetzt mache ich, jetzt will ich genau mit diesem Chabati People, die das lieben und ausleben, will ich das ein bisschen auch in diese Zeitalte, ein bisschen Digitale noch zu machen, ich mache mit jetzt gerade, um einfach diese gleichgesinnten Menschen merken, uns gibt es noch mehr, also nicht frustriert sind, wenn die Welt alles schief läuft, plötzlich können sie sich connecten, so wie ich vorhin gesagt hatte, sinnlich, wir sind alle Engel mit einem Flügel, wenn wir uns umarmen, können wir dann schön Synergieeffekte fliegen, und das Gefühl, dieses Connecten von Chabati People ist mein nächster Anspruch, bin ich dabei, und das macht mich glücklich, und das macht mir das Gefühl, ich sage, wow, jetzt hast du was geschafft, wo du stolz sein kannst, weil du andere Menschen glücklich machst, gewisse Werte vermittelst, die du durch deine Mode und Farben, etc., und Formen geben, Das ist das, was mir vom Gefühl das macht, wo ich in der Nacht super gut schlafen kann, und mit meiner Familie gut geerdet leben kann, und meiner Mitarbeiter gut begegnen kann. Ja, und ich kann mir schon vorstellen, eine Kundin reinkommt, ja, ich stelle immer so Kunden vor, weiß ich nicht warum, aber sie kauft ein Kleid, und sie weiß, dass diese Geschichte, dieses Mitmenschen, dieses Verantwortung dahinter steckt, und wenn sie das trägt, dann fühlt sie sich, life is feeling, ein Teil davon, und ein Teil von Schapati People, wie du immer so sagst. Oh yeah. Ja, okay, okay, gut, 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 das war es erstmal, weil ich mag das mit so, weißt du, wenn ich sage zum Beispiel, es ist eine neue Show, ja, und du hilfst mir jetzt, das ein bisschen besser darzustellen, ja, weil wenn, wie gesagt, Feeling, also irgendwas zu spüren, kann man passiv, einfach so spüren, oder man kann aktiv irgendwas anfassen, irgendwas probieren, irgendwas gestalten und formen mit Händen, das ist, was ich meine. Ich habe alleine das Feeling, wenn dieses zwischenmenschliche, dieses Feeling stimmt, wie ich mich so einfach, wie soll ich sagen, wohlfühle bei dir, wie du bei mir, wie man Schnittstellen im Leben hat, wo man sagt, die sind ähnlich, gleiche, sage ich mal, Werte und Weltanschauern hat, bringen mich dazu, dass ich einfach meine Geschichte so erzähle, wie ich erzähle, weil es ist einfach, ohne vorbereitet zu sein, ein authentisches Leben und Leben und Gespräch, und es funktioniert. Warum? Weil der Feeling stimmt. Es ist, es stimmt. Und das ist es. Es stimmt. Und ich bedanke mich bei dir. Ich mir auch. Wirklich. Ich war so toll heute. Vor allem Freude, dass ich dich kennengelernt habe. Du warst hier letztes Mal, und ich habe viel zu tun gehabt, aber ich habe das geschrieben, ich habe gedacht, ey, der Antonio muss sich nochmal kennenlernen, anrufen machen, etc., so ein cooler Typ, so ein netter Mensch, besonderes, und so freue ich mich, dass wir das nachgeholt haben, dass Vertrauen so lange gereicht hat, ohne dass ich davon nicht Zeit hatte, wir sitzen, wir sprechen, und es wird, glaube ich, eine lange gute Freundschaft werden. Ich freue mich davon. Ich freue mich auch. Und ich bedanke mich nochmal. Sehr gerne. Alright. So. Danke, danke. Gut. Tschüssi. 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 Tschüssi.